Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Sword Art Online. Wir sind in Rünen und haben in der letzten Episode den Endboss von Woklinde besiegt, einen fiesen Drachen. Und haben jetzt die nächste Welt freigeschaltet, eine Wüste, die wir in dieser Episode auf jeden Fall mal betreten werden. Also, gehe ich zumindest schwer davon aus, es sei denn, wir kriegen jetzt hier nochmal neue Quests für Woklinde. Auf jeden Fall gibt es hier was zu tun. Der hier, der quatscht nämlich hier irgendwie rum. Ich freue mich auf das Festival, du auch, ja ich weiß nichts von dem Festival, aber vielleicht werden wir es gleich rausfinden. Mal schauen, wer bist du denn? Kommt alle her Leute, alle zu mir, verpasst nicht das Festivalereignis des Jahres. Ach ja, heute ist ja das Festival. Ach ja, wie konnte ich das nur vergessen? Das Festival ist ja heute. Mein Gott, bin ich dumm, äh. Wow, da sind so viele verschiedene Stände, das muss ich mir ansehen. Vielleicht sollte ich jemanden bitten, mich zu begleiten. Ja, wie wär's mit deiner Freundin, du Otto? Wen soll ich fragen? Ja, wen soll ich fragen? Am besten... Ja, hier, Asna natürlich. Möchtest du mit mir zum Festival gehen, Asna? Natürlich! Ich hatte dich auch schon längst fragen wollen. Da hatten wir wohl beide dieselbe Idee. Okay, ich mache mich fertig. Wow, okay, da fand ich ihr anderes Outfit eigentlich nicht schlechter. Sie hat jetzt so ein, äh, glaube ich, so ein, äh, traditionelles japanisches Outfit an. Ähm, die Interessierten unter euch kennen bestimmt sogar den Begriff. Ist es ein Kimono? Ich bin mir nicht sicher. Kann losgehen! Wow, wo hast du denn das Outfit her? Meinst du diesen Yakutata? Okay, es ist ein Yakata. Ein Yakata. Yukata, so. Okay, ich bin dumm. Tut mir leid. Den gibt es nur begrenzte Zeit, denn man kann ihn nur während des Festivals kaufen. Was ist? Stimmt was nicht? Äh, nein, alles bestens. Ganz im Gegenteil. Du siehst toll aus. Ja, gut, mein Geschmack ist es jetzt nicht so, aber, ich meine, vielleicht hat sie nichts drunter und es ist in so einer Fantasie, die gerade mit ihm durchgeht. Ich bin nur überrascht, wie du darin, weil du darin ganz anders wirkst als sonst. So erwachsen und seriös. Findest du? Ich, äh, danke. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich hatte gehofft, dass er dir gefällt. Jetzt komm schon, wir sollten losgehen. Äh, gerne. Ja, wir schlendern mit ihr über den Markt. Hier sind aber viele Leute. Wenn wir getrennt werden, wird es vermutlich schwer, sich wiederzufinden. Da könntest du recht haben. Ja, aber ihr seid ja keine kleinen Kinder mehr, oder? Ähm, vielleicht sollten wir uns an der Hand halten. Äh, okay. Hm, oh. Wow, sieh dir nur mal die Stände an. Hey, kann ich dir mir da was kaufen? Nein, denn ich bin die Frau und ich verfüge über dein Geld. Klar, solange du gern geheimnisvolles Essen am Stiel isst. Du erkundest wohl gern das Neue und Unbekannte, was? Tue ich das? Vielen Dank, sagt der Shop-Besitzer. Für was denn? Dann mal los. Ach so, er hat sich was zu essen gekauft. Mh, schmeckt nach Hühnchen. Gar nicht übel. Oh, ich hätte jetzt auch Lust auf Hühnchen. Was für eine Fleischsorte ist das denn? Äh, Froschmonster. Magst du mal kosten? Äh, geht Froschfleisch? Nein, danke. Ich bin auch kein Franzose. Wie willst du, äh, wie du willst. Aber es schmeckt sehr gut. Kann schon sein. Sieh mal, der Stand da vorne sieht aber gut aus. Ja, du hast recht. Gebratene Nudeln und Eis. Das ist ja fast ein richtiges japanisches Festival. Okay, ist das typisch japanisch? Gebratene Nudeln? Ja, aber Eis? Eis ist doch nichts japanisches, oder? Also nichts traditionelles. Und vor allen Dingen, gebratene Nudeln und Eis? Was ist das für ein komisches Geschäft? Ich hoffe, die tun nicht beides in einem Essen. So, und essen das dann. Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal in einer VR-Welt sehen könnte. Oh, lass uns die Takoyaki probieren. Tako? Tako, ich hoffe, die meinen nicht ich. Das klingt lecker. Okay, ich lade dich ein. Wie viel kosten die? 500 Yert pro Stück. Alter, das ist doch ganz schön viel. Okay, eins bitte. Danke, Kirito. Jetzt können wir uns richtig entspannen. Wow, das ist beeindruckend. Wir haben sogar den Dampf nachgebildet. Sind sie noch heiß? Ja, aber man muss sie auch heiß essen. Also rein damit. Äh, heiß, heiß, heiß. Ja, das dachte ich mir. Es dampft ja auch, Otto. Sowas passiert, wenn man sie ganz isst. Warum wartest du nicht, bis sie abgekühlt sind? Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin ein ziemlicher Dummkopf. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf diesem Festival war. Äh, auf einem Festival war. Tja, wir saßen ja schließlich zwei Jahre lang in SAO-Fest. Stimmt. Aber ich war auch lange davor auf keinem Festival. In der realen Welt hatte ich nur selten die Gelegenheit dazu. Weil ich 24 Stunden am Tag gezockt habe. All meine Freunde waren eher akademische Rivalen, die um die besten Noten weiteilferten. Außerdem durfte ich abends nie sehr lange ausgehen. Darum bin ich sehr froh, dass ich jetzt hier mit dir auf dem Festival bin. Verstehe. Asuna, möchtest du in der realen Welt auch mal mit mir auf ein Festival gehen? Äh, ist das dein Ernst? Oh mein Gott, er hat mich gefragt, was wir in der realen Welt. Absolut, ich hoffe, du trägst dann auch einen Yaku-Ku-Kata. Ha, verlass dich drauf. Okay, die Takoyaki sollten jetzt kühl genug sein. Warte kurz. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.